Ich darf ganz herzlich die Frau Stombrowski-Weiß, bitte, Frau Winski, begrüßen, die heute als SPD-Bundestagsabgeordnete zu uns sprechen wird. Für die Menschen, die jetzt in Japan nicht wissen, wie es weitergeht, wie mit dieser Kernkraft, und Kraft ist wahrscheinlich das falsche Wort, das haben Sie ja mal gesagt, ja, also, was war das Alternativwort? Sünde. Sünde, mit dieser Sünde leben müssen. Ich habe gestern von einem Bauer gesehen, wie im Schwarzwald in der Ortenau, der muss seinen Hof verlassen, der stand da mit seinen Rindern und Viechern, weiß, da lebt er noch drei Tage und hinterher wird er nie wieder in dieses Gebiet reinkommen. Also, finde ich schon sehr anrührend, so etwas dann auch einfach zu sehen. Das war das Ziel dieser Mahnwache, einfach mal an diese Menschen zu denken. Ich denke, wir müssen auch andere Formen jetzt finden, wie wir das politisch noch weiter umsetzen. Dennoch eine Schweigeminute für die Menschen in Japan. Genau. Vielen Dank. 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 Verantwortung haben. Wir, diese Generation, die wir davon profitieren, dass wir auch uns dafür einsetzen, genau diese Schäden, die da sind, dass wir uns darum kümmern, die zu beseitigen oder eben andere Energiequellen zu forcieren, damit nicht die Jungen, die da sind, dafür eines Tages werden bezahlen müssen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Es sind ja ganz viele Junge da, was Sie ja auch gesagt haben, und diese Initiative lebt einfach auch von diesem Generationsverteil. Deshalb habe ich das auch nicht sehr viel oft in mir verbunden. Und diese Gestaltung der Zukunft, das ist wirklich ein riesiges Anliegen. Ich fand es toll, was Sie gesagt haben. Es ist auch eine Anfrage an uns, wie gehen wir weiter mit Energie? Da merke ich, dass Japan, das globale 10.000 Kilometer weit weg, uns hier auch berührt. Das ist eine Anfrage, wie wir mit so Dingen umgehen. Wir haben schon mal einen Abend gehabt mit Ihnen, wo Sie schon mal erzählt haben, wie man alternativ aussparen kann. Und für mich ist eigentlich so die Frage, wie machen wir hier weiter? Das war das letzte Mal. Wie können wir über die Mahnwache hinaus uns genau mit solchen Fragen auseinandersetzen? Wachsam sein. Das ist auch der Sinn dieser Mahnwache. Und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiges Zeichen. Ja, in diesem Sinne darf ich jetzt noch hinweisen, die Jessica und Herr Eberhardt haben mir das gegeben, einmal auf Verlautbarung, die heute jetzt unmittelbar gekommen sind, auf das, was die Bundesregierung heute Nacht beschlossen hat. Einmal warnt ausgestrahlt.de setzt sich da sehr kritisch mit auseinander. Man soll an Abgeordnete im Bundestag ein Protestpäckchen schicken und Sie dann daran erinnern, dass die große Mehrheit der Bevölkerung umgehend aus der Atom-Turm-Energie aussteigen soll. Aber ich darf gleich, dass man vor allen Dingen natürlich dann auch an die Kolleginnen und Kollegen der CDU und CSU und der FDP schicken. Das denke ich schon, ja. Ich fand es jetzt noch spannend, weil hier gerade eine Bundestagsabgeordnete nebenher steht. Ich habe es jetzt als erstes, nicht um Ihnen mitzugeben, aber ich habe vielmehr Zeit, ein assoziatives Denken. Informieren Sie sich über die ab Pfingst geplanten Blockaden von Atomkraftgegen. Ich entnehme diesem Schreiben, dass die Mahnwachen bundesweit weitergehen, ja. Also, äh, überhaupt. Und das stimmt so, die Mahnwachen geht weiter. Also von daher, Jessica, steht eben als Nix im Wege, dass wir erst mal weitermachen. Was ich aber glaube, wir müssen es doch mal verändern. Also nicht die Mahnwache, sondern wir müssen zusätzlich noch was machen. Dann hat Greenpeace sich sehr kritisch geäußert, ja. Kann ich mal kurz vorlesen. Greenpeace, das von heute Mittag, eine Stellungsnahme. Greenpeace reagiert bestürzt auf den Atomdeal zwischen den Koalitionsparteien von heute Nacht. Entgegen dem Versprechen von Bundeskanzlerin Merkel, aus der Atomkraft so schnell wie möglich auszusteigen, sollen die letzten deutschen Atomreaktor frühestens im Jahr 2022 vom Netz gehen. Es bleibt unklar, ob ein parlamentarischer Beauftragter für die Energiewende eingesetzt werden soll. Damit könnte den Atomkonzernen Tür und Tor geöffnet werden, den Atomausstieg noch weiter zu verzögern. Greenpeace sagt, absolut inakzeptabel, ein Ausstieg bis 2022 ist nicht der schnellstmöglichste, den sie versprochen hatte, also die Frau Merkel, sondern ein unverantwortlich langsamer Ausstieg. Merkel hat ihr Wort gebrochen und nichts aus Fukushima gelernt. So setzt sie Millionen von Menschenleben noch elf Jahre unnötigerweise einer hohen Gefahr aus. Das ist die Stellungsnahme erstmal von Greenpeace. Auch das sind Gründe, dass wir hier weiter, ja, ein Stachel in der Stadt bleiben. Heute kommen leider keine Politiker hier durch, ja. Ansonsten steht immer Stadtmannssitzung und die mussten da immer hier durch bis halb sieben. War schon spannend, ja. Auch so die Zichter da nachher zu sehen. Ja. Soweit mal. Wir machen weiter. Wir überlegen, was wir noch tun können. Ich denke, das ist ein Thema unserer Generation mit eurer Generation zusammen. Wir haben eine Verantwortung für eure Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr Felix Finkbeiner kennt. Kenntest du den? Ein zwölfjähriger junger Mann, der hat mit 9 Jahren zum ersten Mal ein Referat in der Schule kalten und hat festgestellt, welchen Öko-Chaos wir leben. Und der hat dann begonnen, Bäume zu pflanzen. Weltweit, genau. Angeblich hat er schon Millionen gesammelt, ja. Da gibt es da Filme drüber. Finde ich richtig klasse, dass so junge Leute das machen. Können Sie mal in YouTube gucken. Felix Finkbeiner, ja. Das ist echt fasziniert. Die Schüler habe ich das auch schon gezeigt, ja. Ich denke, ihr müsst aktiv werden. Und der Felix Finkbeiner steht halt da vor der UNO, da war der Eingladen, in zwölf Jahren, ja, da war der Eingladen und hat gesagt, also, für euch ist das ja alles nicht mehr so wichtig, da hat er meine Generation gemeint. Ihr lebt vielleicht nur 30, 40 Jahre auf dem Planeten. Wir leben noch 70 Jahre. Wir haben hier noch was vor mit dem Planeten. Also ich denke, das ist das genau noch mal für den Punkt gefragt. Ich herzliche Dank an Sie, ja, für Ihre Worte, dass Sie das akzeptiert haben. Wir haben mal sehr los. Ja, vielen Dank, ja. Wir schließen das ab jetzt mit Musik und laden wieder ein zum nächsten Montag. Da sind wir wieder alle bergen. Nächste Woche wird übrigens ein junger Mann aus dem Karakol sprechen, ja. Und der wird mal aus Perspektiven von Jugendlichen sagen, was so geschlüsselt nicht machen. So, vielen Dank und... Gut. Ich hab's mein Leben lang nicht gelernt. Ich wollte mich zwang zu flügen. Jetzt haben sie mich eingersernt, von Heim bei Berg entfernt. Doch ob sie mich erschlüge, sich flügen, heißt flügen. Ich soll, ich muss, doch will ich nicht nach jener Herrn vergnügen. Ich tue nichts, was ein Frohnfug spricht. Rebellen kennen bessere Pflicht, als sie sich ins Frohnjoch fügen. Sich fügen, heißt lügen. Der Staat, der mir die Freiheit nahm, der folgt mich zu betrügen. Mir in den Kerker ohne Scham, ich soll dem Paragrafengramm mich noch in Fesseln fügen. Sich fügen, heißt lügen. Stell doch den Frevler an die Wand, so kann's euch wohl genügen. Doch er dorre meine Hand, er ich im Sklavenunverstand. Der Geisel wollte mich fügen. Sich fügen, heißt lügen. Doch bricht die Kette eins der zwei, darf ich in vollen Zügen die Sonne atmen. Tyrannei, dann ruf ich in das Volk, sei frei. Verlern es dich zu fügen. Sich fügen, heißt lügen. Das ist die Gedichte von Erich Müsam. Erich Müsam wurde 1944 von den Faschisten erschlagen, als er inhaftiert wurde und sich geweigert hat zu funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Danke. Meine Damen und Herren, es lebt sich jetzt auf einem verspalten Stern. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Lande Nähten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Lande Nähten wie die Erde sind im Weltall. Lande Nähten wie die Erde sind im Weltall.